Wir hängen nun wieder bei 1k, Durchhängedrama mitten im Gefecht auf dem Modus, extra schwer, das wird richtig schlimm, deswegen nehmen wir am liebsten Dixie Kong hier mal. Und ich meine zumindest die ganzen 6k Level haben einen Vorteil, ja extrem schwer, ist nicht wirklich extrem schwer hier in diesem Fall, ich meine wir mussten eh schon damit rechnen, dass uns jeder Fehler hier bestraft, zum Beispiel sowas wie das hier, was nochmal gut ausgegangen ist, womit wir sowieso schon prinzipiell immer mit einem Leben hier durchgehen. Zum anderen bekommen wir ja auch sowieso von vorderein keine Checkpoints und keine Begleiter in die Hand gedrückt, also werden wir das jetzt so meistert, als wenn wir hier auf normal spielen würden, nur mit dem Aspekt, dass das ein bisschen mehr zählt hier. Wir lassen jetzt erstmal die Aufzüge abstürzen, die brauchen wir alle eh nicht mehr, lassen wir uns hier wieder reinschwingen, ducken wir uns hier vor diesen bösen Stacheln ab. Da müssen wir ebenfalls ganz tief tauchen, damit hier nichts passiert. Da ist eine ganz kleine Lücke hier vorhanden, bei diesen lila giftigen Stacheln, das wird jetzt sehr haarig hier. Da mussten wir uns damals, oder ich habe mich damals sterben lassen, um da unten dieses Puzzleteil hier noch zu bekommen. Jetzt wüsste ich, wie ich das schaffen würde, ohne dass ich sterben müsste, nämlich einfach auf die Eule springen, aber hier müssen wir ganz vorsichtig bei den Stacheln sein, die killen uns jetzt sofort. Und das hier ist halt auch nochmal um ein Vielfaches Mutiger hier auf extrem schwer, wenn du weißt, wenn du hier drauf springst und nur den kleinsten Fehler gemacht hast, dann wärst du gestorben. Also Dixikon ist wirklich, wirklich tapfer hier gerade. Jetzt hängen wir uns hier hin, da oben macht der Felsen alles kaputt, was wir uns hier aufgebaut haben, was uns aufgebaut wurde. Da gehen wir weiter, da kommt jetzt schon wieder die nächste Ladung, aber wir hängen schon hier in sicherer Entfernung hier am Haken. Da könnten wir ein Puzzleteil holen, aber wir holen nichts, wir wollen das Geschenk bergen. Der gibt es uns jetzt hier gleich in die Hand, das nehmen wir an, da sind Bananen drauf, da ist was Tolles drinnen gewesen. Wir haben das Level geschafft, das ist immer sehr nervenaufreibend, toll von Dixikon hier gelöst worden, ne. Das ist immer sehr, 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 sehr.